Das ist der Traum von Trimis, hier hinter dem Haus. Es sind zwei am Sendeln. Hallo ihr zwei, gefällt es euch? Ja. Ja da, gerade der Bach da hinten und der Rettberg, wunderschön. Da oben schlafen wir. Da oben schlafen wir, genau. Aber die Mama schläft da auf der Seite, du schläfst auf der anderen Seite. Aber die Nonno und der Nonno wohnen da, gell? Und da unten haben wir den Bach. Und da die zwei im Sendeln. Cool.